Wo bin ich denn? Ich müsste doch jetzt hier irgendwo sein. Da ist das Luftschiff. Also da ist der Vulkan. Oder bin ich jetzt komplett falsch? Doch, ich müsste hier drüben gewesen sein. Was ist eigentlich das da unten? Oder schimmert das hier so komisch durch? Ach, wahrscheinlich, weil hier Luft ist, sieht man das Brett dahinter. Ist das irgendwie so ein leichter Grafik-Bug? Da, joa, hier, okay. Tatsächlich. So, das heißt, ich muss mich aber viel weiter rechts halten. Ich muss viel weiter nach da, weil ich denke doch mal, das hier ist Armsword. Oder war das hier unten? Das hier sind auch Häuser. War das hier Armsword? Ich weiß es gar nicht mehr. Was soll dann das hier sein? Na ja, ich werde mich mal irgendwie so ein bisschen rechts halten. Dass ich... Ich weiß nicht mehr, wie ich beim ersten Mal hier durchgelaufen bin. Da bin ich einfach nur durchgerannt. War ich ja irgendwie... Oh Gott, keine Ahnung. Zehn Level niedriger? Vielleicht steht da was. Armsword nach... Ja, nach links oder nach rechts? Das ist egal. Okay, dann folge ich mal hier dem Pfeilen. Und das mit dem Erkunden, das mache ich dann ein andermal. Ähm... Ja, und jetzt? Ach, hier hoch. Ja, doch. Ich erinnere mich. Hier bin ich aber auch gegangen. Damals. Okay. Magen kriegt Hinweise. Ja, dann gehe ich jetzt möglichst schnell Richtung Armsword. Das weiß ich aber nicht. Hier oben? Nee. Das hübsch, dass hier immer so... so... Laternen runterhängen. Das geht dann noch höher. Oh. So. Nee, Armsword in die Richtung. Wahrscheinlich, weil ich noch eins höher muss. Da unten werde ich nicht weiterkommen. Und jetzt wieder nach links. Boah. Also ohne die Pfeile würde man wahrscheinlich hier total... sich verlaufen. Jetzt haben wir hier... Ja, ja, die... die Vögelchen. Und die machen Air Damage. Und ab und zu ist hier dann mal so ein Häuschen. Mit schönen Betten. Aber es wohnt immer keiner da. Da ist es so irritierend. Alles verlassen hier. schon länger keiner mehr geputzt. Alter, der kann auch durch die Wand angreifen. Hier runter. Hier runter. Hier runter. Da sind wieder diese Minenarbeiter. Oder haben die hier so lange Mining betrieben, bis hier einfach nichts mehr war? Die haben hier so lange in die Tiefe gebuddelt, bis sie... Ja, und Bedrock gab es halt nicht. Und dann war da halt einfach mal das Nichts. Und dann haben sie aber alles abge... Frühstückt hier und nichts war mehr da. Vielleicht ist das überall hier so. Vielleicht schwebt auch die Province of Wun einfach in der Luft. Und das weiß nur keiner. Na, reine Spekulation. So, aber die sind auf jeden Fall machbar hier als Gegner. Beziehungsweise ich bin jetzt stark genug. Swamp Island. Okay, und da sind aber wieder die... Wohin denn jetzt? Da stand der Pfeil nach unten und dann hier weiter. Tschüss. Hohohohoho. Alter. Und weg, Wara. Hier geht's weiter. Und hier ist Party. Hier ist einfach mal ganz große Engelsparty. Ich weiß nicht mehr, musste ich jetzt nach da. Muss mich jetzt ja so ein bisschen nach rechts halten. Das ist auf jeden Fall ein Schild. Das ist auf jeden Fall. Okay. So, da geht's weiter. Naja, so allmählich möchte ich einfach nur noch ankommen. Und jetzt hier weiter. Und jetzt hier weiter. Armsword Citizen. Jo. Beschütz mich, beschütz mich, beschütz mich. Hallo. Okay, aber die trauen sich hier nicht hin. Wir haben's geschafft. Wir sind in Armsword. Also ich hab's geschafft, aber ihr seid natürlich mit dabei auf dieser Reise. Und wenn jetzt noch Tag wäre, wäre das noch cooler. Moment, 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 Moment. Ich guck mal, wie ich den Server wechseln kann. Ja. In der Hoffnung, dass hier Tag ist. Nope. Aber es wird Tag. Das sieht schon ziemlich cool aus kann sich schon sehen lassen weil das halt unten auch so spitz zuläuft und ab und zu fällt mal jemand runter die scheinen sich ja hier gut fortzupflanzen wenn da muss ja immer rechnen so kind ist runtergefallen area discovered arms art the central city of the sky islands arms art is home to the wealthiest of traders and the most revered of adventurers for siegfried the hero who saved the skies kriegen wir hier die geschichte von siegfried zu hören zu sehen wir haben ja schon souvenir shops gesehen aber noch ansonsten nix da fan item merchant dear customer due to the demand on our figurines we can no longer sell a full set we are out of hats we apologize animated siegfried figurine new figurine and hat sold individually no refunds dragons tooth reference to the fight between siegfried and a dragon which siegfried slayed saving the city of arms art okay dann ist hier ein drache rüber geflogen aber der wurde auch besiegt ups bin ich ans mikro gestoßen entschuldigung aber das ist ja dann ein anderer drache als bei den molten hates oder siegfried diary collection this special bundle includes all of siegfried's diaries up to number 43 vielleicht steht dann der spannende teil erst in ausgabe 44 siegfried's autograph this item belongs to the limited siegfried collection ob das echt ist irgendeins von diesen items braucht man dann bestimmt für eine quest so you see this scourge patch patch of land here there's an incredible tale behind it ja lass hören one day on what seemed to be a peaceful day a dragon came and attacked our city of arms art luckily siegfried was in town and fought the beast there was a grand battle as siegfried and the great dragon clashed the dragon spooed fireballs everywhere but siegfried blocked them all with a sword all except one all except one which landed right here after a long battle that even cost siegfried his eye he slowed the dragon and saved arms art truly siegfried is the greatest hero to ever live sadly i didn't see it but it was all in his book und was ist mit bob schon mal was von bob gehört hallo hallo kennst du bob naja ja ich bin mal gespannt wie das dann weiter geht habe ich eigentlich hier irgendwelche koordinaten 1000 meters under tatsächlich the help wanted sign okay das heißt wir müssen nach einem schild suchen ich spreche erstmal hier ein bisschen mit den leuten hmmm hello there adventurer i'm trying to fix this crane the crane goes all the way down to the dark islands under arms art please don't disturb me now it will soon be fixed hopefully vielleicht muss ich die quest erst aktivieren und dann darf ich da rein wer weiß literature merchant was one wealth or knowledge wo finde ich denn wealth und wo finde ich knowledge i'm so glad sky's kitchen reopened recently the food there is delicious wait you mean you haven't been there you should check it out it's just southwest of here one mm mm das da oben hier ist ein blacksmith hier ist der trade market okay Powder Master, Weapon Merchant, Hammer Merchant, Erbäre, habt ihr auch einen Identifier, hier vielleicht, und eine Bank und Potion Shop, sehr gut. So, was ist das denn noch, ach, hier ist noch ein Blacksmith, tatsächlich, okay, na, dann freue mich erst mal das Powder weg, ich glaube, ich mache die Quest dann erst in der nächsten Aufnahme, weil es hat jetzt sehr lange gedauert, aber es macht so Spaß zu erkunden, ich könnte hier schon wieder stundenlang rumschauen und einfach nur jeden Winkel und jede Höhle und jeden Abgrund, äh, erkunden, aber, was sagt der hier, I heard from my friend's mother's hairdresser, about how Siegfried saved Leviger. An army of trolls marched from their camps into the city, the guardsmen were overwhelmed. But then salvation came as Siegfried rode in on his mighty steed, he slew the army of beasts with ease. After the dust cleared Siegfried stood proudly atop the pile of troll causes. He had killed them all before they could even deal a blow to him. He even had time to pose for a picture. That story sounds amazing, Siegfried must be as legendary as they say. I wish I could have been there to see it. Tja, irgendwie gibt's keine direkten Zeugen immer von... Gibt ganz viele Geschichten, aber es ist... Oder ist das ein Hofstapler, das wär's halt... Bitte nicht spoilern, bitte nicht spoilern. Also, falls ihr's wisst, bitte nicht sagen, ich will das hier alles selbst rausfinden. Ah, ba 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 bam... Dioneer... Aha... Defense 50... Minus Walkspeed, okay... 3.800 ist halt echt nicht schlecht. Fire Defense, Earth Defense... Muss ich mal gucken... Okay... Earth Defense, ja... Alba Core... Water Defense... Oh, das gefällt mir ganz gut. Das gefällt mir wirklich gut. Cooles Item. Night West. Air Defense. Agility 80. Plus 16 Agility. Also, wenn man schon 80 hat, dann kriegt man nochmal 16 drauf. Krass. Naja, das ist dann was für ein Mage. Aber nicht für mich. Okay. Ich glaube, das verkaufe ich gleich. Na gut. Research Facility. Da, Help Wanted. Okay, hier geht dann die Quest los. Read closer for more information. Your reward will... Was? You will be rewarded. 32. 32 Emerald Blöcke. Das ist aber nicht so viel. Free Fighting Lessons. Okay. Können wir mal mit... Ne, mit dem habe ich ja geredet. Was? Anti-Airship Golem. Aha. Crane Mechanic. Hier ist wieder einer. Trying to fix the Crane. Okay. Okay. Vielleicht müssen wir denen helfen beim... Secretary. Okay. Na gut. Ich will nicht vorgreifen. Das werden wir dann sehen. Jetzt tue ich das noch schnell identifizieren. mit Selium Plating. Interessant. Ja. 3000. Earth Defense. Aber da gibt es halt hier dann bessere Sachen. Na gut. Äh, ja. Also ist jetzt leider noch nicht so viel passiert. Aber es, äh... Hat ja auch ein bisschen gedauert, bis ich hier war. Und Moltenhades wollte ich ja noch vernünftig abschließen. Oh. Mit dem schon geredet. Do you know about Wubels? Those cute little fluffy creatures? They just appeared one day... Ach, das kenne ich glaube ich schon. Den Dialog. There is an entire island filled with wild Wubels on the lower level of the Skylands. It's rather tricky to get to, Thor. Na gut. Hübsch ist es auf jeden Fall. Also auch der Baustil. Und... War das das da oben, was ich gesehen hatte? Diese Burg? Na die gehört nicht zu Armsort. Vielleicht sind da dann diese Engel, dass die da auch bewacht wird. Okay. Dann bin ich gespannt, was es hier alles für Abenteuer gibt. In den luftigen Höhen und in diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen und Tschüss und bis zum nächsten Mal sagt der Loy.